Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist Sonntag, ich bin jetzt mit einer Freundin in der Stadt verabredet, weil bei uns ist gerade so eine Seemesse, das heißt bei uns Bodenseewoche. Da gibt es halt ganz viele Regattern und so. Und die haben ein richtig cooles Boot, was irgendwie, ich glaube, 140 oder sowas fahren kann. Und vielleicht gehen wir damit gleich auf den See, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fahre ich da jetzt hin. Und ich glaube, da ist es ziemlich cool, die haben da ihren eigenen Stand. Und wir sehen uns einfach da wieder. Wir sind gerade 100 kmh gefahren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes So, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video Mir hat es super viel Spaß gemacht zu schneiden und es war auch relativ viel Aufwand also würde es mich riesig freuen, wenn ihr schon mal einen Daumen hoch da lasst weil ich finde, es ist ziemlich cool geworden und an dem Tag war ich auch ziemlich aktiv auf Snapchat also damit ihr auf Snapchat insgesamt nichts mehr verpasst folgt mir da gerne mal hier das würde mich riesig freuen und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt dann könnt ihr mich hier gerade kostenlos abonnieren das würde mich ebenfalls riesig freuen und hier seht ihr gerade mein letztes Video das war noch vom Campus Festival da würde es mich auch freuen, wenn ihr da vorbeischaut weil das war auch ziemlich viel Aufwand und ein ziemlich, ziemlich cooler Tag meine App findet ihr gerade hier da könnt ihr euch die mal runterladen schaut euch die ein bisschen an da wird in der nächsten Zeit auch nochmal ein Video drüber kommen dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder bis dahin, tschüss bis jetzt bis dann